Herr Rhein! Guten Tag. Sind Sie die Inhaberin dieser Varieté-Agentur? Ja, ganz recht. Ich bin Mrs. Springl. Mein Name ist Smith. Ich habe Sie vorhin telefonisch um eine Unterredung gebeten. Willkommen, Mr. Smith. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie ein Engagement. Nein, nein, ich bin wegen etwas ganz anderem hier. Um es kurz zu machen, ich bin von Scotland Yard. Mordkommission. Mordkommission? Ja. Ich suche einen Artisten. Einen gewissen Falconetti. Falconetti? Ja, der große Falconetti. Ja, ich entsinne mich. Der hat tatsächlich einen Mord begangen. Irgendwo im Orient, glaube ich. Das ist doch schon viele Jahre her. Ja, aber Sie kennen ihn. Ja, ja. Ich war schon bei mehreren Agenturen, aber niemand konnte sich an ihn erinnern. Nein, es waren alles etwas jüngere Leute. Mrs. Springl, ist es möglich, dass Sie unter Ihren Unterlagen noch altes Propagandamaterial von diesem Falconetti haben? Ja, das wäre ganz gut möglich. Ich habe da eine Unmenge von alten Material aufbewahrt, alphabetisch geordnet. F ist allerdings ziemlich weit oben. Das macht nichts. Ja, wenn Sie sich der Mühe unterziehen wollen. In meinem Alter klettert man nicht mehr gern. Aber natürlich. Ich will nicht. Geh! Wer ist so? Oh, ich bin Mrs. Bringen. Die echte Mrs. Bringen? Ja, plötzlich stand eine alte Frau vor mir. Die hat mich überfallen. Dann weiß ich nichts mehr. Aber ich, ich weiß jetzt einiges.